Freunde, ich habe da was für euch. In der letzten Woche habe ich mein Hands-On zum Microsoft Lumia 950 XL hochgeladen und ihr wart unglaublich begeistert. Ihr habt scheinbar richtig Bock auf das Teil, also müssen wir das gute Stück natürlich auch auspacken. Vor uns liegt die Verpackung Microsoft Lumia 950 XL, hier eine Abbildung des Ganzen und deshalb werden wir das mal auspacken und das gute Stück komplett unter die Lupe nehmen. Bedeutet, wir gucken uns natürlich nicht nur an, was da drin ist, sondern es gibt auch noch alle wichtigen Specs, einen Ersteindruck und so weiter. Ihr kennt meine Videos hier. Wir starten mal mit der Verpackung. Die Front haben wir jetzt schon gesehen. Oben steht dann noch ein Gutschein für Sky Online, zwei Monate. Unten gibt es nur eine Menge zu lesen. Auf der rechten Seite gibt es noch einmal Microsoft Lumia 950 XL. Das ist natürlich die linke Seite. Rechts gibt es ein paar komische Daten und hinten gibt es dann schon deutlich mehr zu sehen. Einmal, dass wir zwei Farbvarianten haben, schwarz und weiß. Wichtige Specs, ein paar Informationen und so weiter. Alles nicht spannend, bekommt ihr alles von mir noch zu hören. Deshalb packen wir das gute Stück mal aus. Ihr seht schon, wir ziehen das Kästchen hier zur Seite und dann landet das vor uns. Auf der linken Seite gibt es eine Box zum Rausholen und zum Rausziehen. Dazu gleich mehr. Rechts gibt es das Smartphone, den Sky Online Gutschein. Zweimal Sky Starter Monatsticket. Zweimal Sky Supersport Tagesticket ohne Werbeunterbrechung. 100% legal und so weiter. Hier gibt es dann den Code. Schön, dass der schon, dass der erst ausgerubbelt werden muss. Einzulösen bis 31.01.2017. Falls ihr ganz genau die Bedingungen wissen möchtet, dann haltet einfach das Video kurz an und lest euch das durch. Dann gibt es hier noch so ein, ja, bisschen Papier mit Information. Erste Schritte, Lumia 950 XL. Wo sitzt was? Was kann das Ding? Was muss ich alles wissen? Das sehen wir hier. Ist für uns aber noch nicht so spannend, denn, wie gesagt, ich erzähle euch jetzt gleich sowieso alles. Dann gibt es noch Produkt- und Sicherheitshinweise. Auch fort damit. Weg mit der Verpackung. Her mit der Verpackung. Die ziehen wir so heraus und dann finden wir zwei Sachen. Einmal ein USB-Datenkabel, aber es ist kein normales. Zum einen ist es sehr dick, wird also nicht so leicht verknoten. Auf der anderen Seite USB 3.0 und hier sehen wir USB Type-C. Ja, man hat es angekündigt, die Lumias kommen mit Type-C-Connector und so ist das hier natürlich auch der Fall. Auf der anderen Seite haben wir dann noch ein Netzteil, natürlich auch auf Type-C. Schauen wir mal, was da als Power rauskommt. Und da, 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 3 Ampere. Ja, das ist schon mal eine Menge. Natürlich haben wir auch Fast-Charging mit dabei. Ist ja logisch. Ja, was hier natürlich auffällt, das Ding ist fest miteinander verbunden. Das heißt, wir können hier nicht so einfach ein anderes Kabel dran tun, aber wir haben ja noch ein Type-C-Kabel mit dabei. Also kann man das auch so theoretisch an jedes Netzteil anschließen. Dieser Sticker, der gehört nochmal hier unten hin. Der ist aber schon verrutscht. Ich hatte das Ding nämlich schon mal draußen. So. Und da haben wir es nun. Das ist also das Nokia Lumia 950XL. Ich hatte es ja schon mal in der Hand, aber trotzdem soll es nochmal meinen Ersteindruck geben. Also, das hier ist die größere Version, deshalb auch XL. Und sie ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Das spürt man auch in der Hand. Wir haben ja ein 5,7 Zoll Display, was natürlich noch nicht viel heißen muss. Aber man bekommt hier eben auch gewisse Maße, was ebenfalls auffällt. Wer die Lumia-Geräte kennt, der weiß immer, die waren, das waren richtige Brocken. Aber nicht im Sinne von unglaublich groß und schwer, sondern Brocken im Sinne von, okay, ich glaube, das kann ich gegen die Wand werfen, da passiert aber nichts. Es war immer alles grundsolide, fest, unglaublich. Hier haben wir jetzt eine Plastikrückseite und das fühlt man tatsächlich auch. Ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Wertigkeit. Wir sind hier schließlich im High-End-Bereich und dieses Plastik, dieser Kunststoff fühlt sich einfach meiner Meinung nach nicht unbedingt so wertig an. Da könnte man vielleicht ein bisschen was drauflegen. Das zum Ersteindruck, zum ersten Touch. Wir wollen uns das Design natürlich trotzdem noch mal genauer anschauen. Wir gehen einfach mal nach oben und finden dort nicht viel. Hier kommt einfach nur der Klinkenstecker rein. Nichts Außergewöhnliches. Wir schauen zur Unterseite und finden hier natürlich etwas Außergewöhnliches, denn hier finden wir den USB Type-C 3.1-Stecker. So schaut das Ganze aus. Das Schöne ist natürlich, man kann das Ding jetzt nicht mehr falsch rum reinstecken. Also man kann schon, wenn man das irgendwie mit der Seite versucht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Außerdem gibt es hier diesen kleinen Flöppel, wenn ich da den Finger reinstecke, den Fingernagel, dann kann ich die Rückseite abnehmen. Na, das knackt immer und dann schaut das so aus. Was sehen wir jetzt hier? Gut, wir können den Akku rausnehmen. Sehr, sehr schöne Sache. So gehört sich das. Bedeutet, der Akku ist auf jeden Fall wechselbar. Dann gibt es hier noch den Slot für die MicroSD-Karte und natürlich kommt hier dann auch noch die Nano-SIM-Karte rein. Ja, viel mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Der Akku ist sehr dünn und sehr breit. Und macht euch keine Sorgen, das Ding hier werdet ihr nicht so einfach rausreißen. Das sitzt schon alles ganz gut und der Akku, der flutscht da quasi schon rein. Hier steht auch schon mal 3340 mAh, um das vorwegzunehmen. Vielleicht auch noch ganz kurz zum Rückcover. Man arbeitet hier mit einem, ich sag mal, Third-Party-Hersteller zusammen und ihr könnt so weitere Cover kaufen. Die werden dann ungefähr 50 Euro kosten. Ist natürlich nicht wenig, aber wem Mozo, also M-O-Z-O etwas sagt, der kennt die Cover vielleicht. Vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen mit. Wir sind auf der rechten Seite angekommen und finden hier vier, ich sag mal, verkromte, also glänzende Tasten. Lauter, ein Aus-Power, leiser und dann noch die dedizierte Kamerataste. Die Tasten wackeln alle leicht, aber nicht so, dass es irgendwie großartig... Ja, okay, die Kamerataste, die wackelt schon sehr. Bei den anderen Tasten ist alles in Ordnung. Auf der linken Seite gibt es dann absolut gar nichts mehr, deswegen sparen wir uns das und schauen uns die Rückseite auch mal von außen an. Natürlich gibt es auch hier einiges zu sehen. Wir haben einmal ein Microsoft-Logo. Das ist eher touchbar, das heißt, man fühlt das. Dann PureView und Zeiss, die haben für den Kamerabereich zusammengearbeitet, beziehungsweise man nennt das Ganze natürlich PureView-Kamera und Zeiss hat dann eben ein bisschen was an Know-How dazu gelegt und ein bisschen mitgearbeitet. Dann haben wir noch einen Lautsprecher, dann haben wir hier natürlich auch noch ein paar Mikrofone und ganz wichtig, den großen Kamerabereich und der ist für viele interessant, vor allem für Leute, die unglaublich viele Fotos machen wie ich. Was gibt es da zusammen? Wir haben eine 20 Megapixel-Kamera f1,9 Blende, einen 1 zu 2,4 Zoll großen Sensor, eine optische Bildstabilisierung. Videos können wir natürlich in 4K aufnehmen. Das ganze System besteht aus sechs Linsen. Wir haben hier einen Triple-Blitz, der soll also für wirklich, wirklich geile Aufnahmen sorgen. Da bin ich schon mal extrem gespannt. Ich habe jetzt schon mal ein Beispiel 4K bei Video bei Lowlight gesehen und das war extrem beeindruckend. Das will ich aber natürlich selbst auch noch mal checken. Der Kamerabereich, der steht so gute zwei Millimeter heraus. Ich persönlich finde ihn ziemlich gelungen. Ich mag das Design, aber beim Hands-On haben schon einige gesagt, dass denen das nicht so gut gefällt. Da sind halt einfach die Geschmäcker komplett verschieben. Wir gehen mal zur Vorderseite. Da gibt es natürlich auch ein bisschen was zu sehen. Und was sehen wir hier? Natürlich ein Microsoft-Branding, eine Hörmuschel, wir sehen auch noch Sensoren und natürlich eine Frontkamera. Dieser Sensor, der ist zum Beispiel dazu da, um eure Iris zu scannen. Klingt jetzt alles total Cyborg-mäßig oder sowas, aber per Hello Microsoft und diesem Iris-Scanner könnt ihr dann das Gerät einfach mit eurem Auge entsperren. Ja, das ist doch mal ein richtig interessantes Feature. Dazu wird dann wahrscheinlich noch ein eigenes Video kommen. Auf jeden Fall werde ich dazu noch ein bisschen was erzählen. Wir haben eine 5 Megapixel Frontkamera mit f2,4 Blende und Videos können in Full HD aufgenommen werden. Das ebenfalls ganz wichtig. Kommen wir doch mal zur Größe. Ich habe schon gesagt, dass das Ding nicht unbedingt klein ist, aber wie groß oder wie klein ist es dann? Wir haben hier einen 50-Euro-Schein, legen den mal drauf und wir sehen, so, da ist oben dann noch ein kleiner Fingerplatz. Die Breite, die kommt aber, ja, die kommt doch schon recht gut hin. Ähm, das haben vielleicht ein paar zu Hause oder fragen Mami oder Papi und dann findet man da schon mal ganz gut die Größe raus. Ansonsten haben wir noch einen Game Boy Classic hier. Legen wir das mal so schön in die Mitte, dass es gerade ist. Auch das kommt von der Höhe schon sehr gut her. Wir wollen aber natürlich wie immer auch mit aktuellen Flaggschiffen vergleichen. Starten wir mal mit Samsung. Haben hier ein Samsung Galaxy S6 Edge Plus, vertreten auch für das Note 5 und ein Samsung Galaxy S6. Das vertritt dann einfach mal das Galaxy S6 Edge ebenfalls. So schaut das von der Größe her aus. Wir gehen mal rüber zu HTC. Haben hier ein HTC One M9 und ein HTC One A9. So schaut das im direkten Größenvergleich aus. Und wir machen weiter. Nehmen dann zum Abschluss noch ein OnePlus 2 und ein Huawei Mate S. Und ihr seht schon, die Geräte sind dann doch alle relativ in einer Größenklasse. Zeigt natürlich, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat. Die Geräte werden ja immer größer. Ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Ich bin da auf jeden Fall ein Fan von. Wer jetzt noch ganz genau die Daten haben möchte, das gute Stück ist 151,9 mm hoch. 78,4 mm breit und 8,1 mm dick. Das geht von den Maßen alles vollkommen klar. Da ist jetzt nichts großartig, auffällig, schlecht oder auffällig gut. Natürlich könnten die Ränder immer noch ein bisschen dünner sein, aber das ist halt das alte Geplänkel. Das kennen wir schon. Wenn es keiner macht, können wir das nicht ändern. Wir kommen zum Gewicht. 165 Gramm wiegt das. Das ist insgesamt vollkommen in Ordnung. Es gibt einige Smartphones, die bewegen sich auf die 200 Gramm zu. Die sind dann bei 190, 192. Gibt aber natürlich auch kleinere oder auch einfach leichtere Geräte. Der Akku ist auswechselbar, hat 3340 mAh und auch Wireless Charging wird unterstützt. Nach dem Qi-Standard, da war Nokia ja damals auch schon immer sehr hinterher, waren eine der ersten Smartphone-Anbieter, die das angeboten haben. Der Internet-Speicher beträgt 32 GB, man kann aber per Micro-SD-Karte noch maximal 200 GB hinzufügen. Da ist also wirklich Platz für alles. Es wird zwei Farben geben, schwarz und weiß, plus die optionalen Cover, von denen ich eben schon gesprochen habe. Ganz kurz nochmal, um das Weiß so ein bisschen anzuteasern. Das sehen wir hier. Und die schwarze Version, die haben wir vor uns. Was soll ich da noch großartig erzählen? Ja, Preise. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht 100% sicher. Ich glaube, es waren 700 oder 799 Euro. Zu den Preisen erzähle ich euch ja sowieso nie so viel. Das sind immer nur UVP-Preise. Dazu kommt das dann doch nicht auf den Markt oder nur am Anfang. Deswegen, wir machen es wie immer. Ich haue euch unten den Amazon-Link hin. Da seht ihr dann den aktuellen Preis, tagesaktuell. Auch wenn ihr das in einem halben Jahr schaut, wisst ihr dann, was ihr zahlen müsst. Machen wir einfach so wie immer. Und jetzt fahren wir das Ding auch noch hoch. Drehen es um, drücken die eine aufs Power-Taste. So, da höre ich doch schon eine Vibration. Das Ganze fährt jetzt also hoch. Na, habe ich denn auch richtig gedrückt? Ah, da ist das Microsoft-Logo. Die technischen Daten. Wir sind ja auf Windows 10 Mobile unterwegs. Das ist das erste Gerät damit. Der Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 810. Das ist ein Octa-Core-Prozessor. Und der besteht aus zwei Quad-Cores. Einmal 2 GHz-Taktung und einmal 1,5 GHz-Taktung. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. So kommen die meisten Geräte. 3 GB RAM stehen da zur Verfügung. NFC, LTE-Category 6. Und zwar in den 850, 900, 1800 und 2900 MHz-Netzen, ähm, Frequenzen. WLAN 802.11 nach allen Standards, also A, B, G, N und AC. Und natürlich Bluetooth 4.1. Was ist noch ganz spannend? Die Besonderheiten natürlich. Wir haben einen Iris-Scanner, wie gesagt, der dazu da ist, um das Ding per Hello Microsoft zu entsperren. Wir haben USB Type-C 3.1. Ähm, auch das ist gut. Und wir haben Liquid Cooling. Auch dazu überlege ich noch ein kleines Video zu machen, um euch das mal zu erklären. Da sammle ich gerade Informationen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Falls ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder sonst irgendwelche Wünsche habt, immer her damit ab in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Are you listening? Damn. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.